hallo ihr da draußen herzlich willkommen zurück auf hof bergmann und ich bin mir der schotty von der test area und ich habe mir gedacht bevor du jetzt unendlich rumplenke um den rest des tages noch zu nutzen mit irgendwelchen unsinnigen sachen spielst du vor schläfst eine nacht über das ganze und beginnt den tag von vorne wo dann sinnvolle arbeit auch für unseren hof zu machen ist die es endlich weiter bringt so und deshalb habe ich das auch getan wir gucken mal in die bilanzen heute haben wir 42 216 naja über nacht verdient so einnahmegebäude 2520 das ja was das ist kann ich euch beim besten will nicht sagen wir haben bga die zwei anhänger ladungen fast 40.000 euro verdient ob das der hof laden ist glaube ich nicht weil ich nicht kann ich nicht sagen vielleicht wisst ihr es ja und im übrigen der klaus hat mir geschrieben dass bei ihnen das aufladen von kartoffeln am vier händler auch nicht mehr funktioniert also war ich nicht der einzige dann ist wohl mit diesem upgrade da was schief gegangen kann ich mir vorstellen dass man wenn man kartoffeln legen also ansehen will dass das einfach im augenblick gerade nicht funktioniert weil es verpackt ist dass man keine kartoffeln mehr laden kann beim vier händler dann muss man sich jetzt natürlich überlegen wie man an kopf kartoffeln drankommen aber da gibt es ja möglichkeiten naja gut lange rede gut kurzer sinn wir haben einen neuen tag wir haben jetzt eine menge arbeitsstellen und ich dachte mir ich bin das jetzt mal schritt für schritt hier alles auf dem wege wo der hin fährt kann ich euch sagen der fährt erst mal hier hoch zu die kühe weil hier ist nicht viel wie immer aber hier ist schon mal mist der macht jetzt hier erst mal weiter wie ist heute der silage preis schauen wir gleich mal drüber ähm zack beim viehhändler bester preis 642 euro das ist super all die weil dann haben wir nämlich von dem geld sofort was gelle so äh hoch fixament dazu viehhändler moment mich dolch wir haben da ein problem okay und zwar viehhändler viehhändler besuchen der macht erst um 9 uhr auf und also erst in zwei stunden ja dann können wir den anhänger hier stehen lassen vielleicht haben wir dann für den traktor später noch andere verwendung auf jeden fall können wir heute direkt verkaufen käse 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 hier ist ja da war ja leer ein hammer noch und wir nehmen wir auch gleich mit dafür schmeiße ich den anderen hinten runter na prima wir sind ich guck mal eben hier ja kommt so ob ich den auch noch oben drauf kriegt man weiß es nicht man probiert es so wunderbar wir brauchen milch und da wir ja einen neuen tag haben die kür haben milch produziert können wir gleich die milch aus dem stall holen also ne jetzt gleich innerhalb der nächsten minuten und ähm zur käserei bringen weil die milch kann die hier stehen und so ein paar nach ob ich die untergebracht krieg ich weiß das noch nicht die bringen wir wieder in den hochladen und ich lade die mal eben auf aber da mache ich ein cut bis gleich so aufgeladen spanngurte drüber ähm da auch jawohl so wie es ist bringe ich das jetzt zum hochladen und die milch produziert haben auf dem hoch im stall die wie gesagt kommt später wieder in die käserei dass wir da wieder Käse und vor allem auch Butter machen können den hochladen bestücke ich jetzt mal noch nicht ich möchte nämlich erst sehen äh das ist das Fließband ähm dass andere arbeiten angestoßen werden so weil das was er jetzt gleich am meisten Geld bringt ist nämlich hier unser Feld und es ist früh am Morgen das schöne ist es sind beide Felderfelder beide Felder und Erntereiten die Ernte jetzt verkaufen können wir noch nicht es ist noch zu früh die Annahmestellen haben noch geschlossen das macht aber nichts dafür haben wir einen Hochziele so ähm Feldarbeit ist eingestimmt ja gut das mit dem Verschleiß aber da mache ich mir jetzt noch keine wirklichen Sorgen so Feld 5 Dreschen mit 4m Feld raus weil wir da ja den neuen Drescher entfernen fünft 5 nannannannannannannannannannannann malometer vorgewende nehmen mal 3 ähm scharf vorunter jawohl generieren zack sieht gut aus naja sieht gut aus So. Speichern. Feld. So 5. Fischen. 9 Meter. So. Alles wie immer. Alles wie immer. Äh. 04. Striebeln. Ähm. Habe ich mich einnotiert? Das ist ja dumm. Fischen. Das mach ich mal zu. Ich kann mir gar nicht richtig nennen. Fischen. 9 Meter. Auf Feld 5. Das wollte ich einsitieren. Was haben wir denn hier noch? Kartoffeln holen. Das gehört zur Mission. Kartoffeln sehen. Düngen gehört zur Mission. Das kam alles weg. So. Ich guck mal kurz wegen der Strohablage. Die ist definitiv eingeschaltet. Das ist gut. Ja. Erster Blickpunkt. Ich mach den Drescher schon mal an. Mal fahre einstellen. Die gehen. Jawohl. Das erste Mal, dass wir dieses Feld mit 9 Meter Arbeitsweite behaarten. Ähm. Der ist recht kräftig. Den will ich noch nicht missbrauchen. Den. Ne, noch nicht. Äh. Den Kleinen. Wo ist er da? Den Kleinen will ich haben. Den nehme ich heute als Abfahrer. Für alle Fälle. Die anderen bekommen noch zu viel. Hier muss ich mir halt den Anhänger jetzt dran hängen. Ach. Der ist voll. Der Anhänger ist voll mit Silage. Also. Was machen wir denn da jetzt? Ich brauche den als Abfahrer. Kann ich die Silage. Vielleicht. Zurückfüllen. In den Fixer. Da. Hm. Hm. Müssen wir mal gucken. Ähm. Geh du mal aus gesehen. Ich brauche gleich für andere Arbeiten, die zwischendurch laufen sollen. Wenn. Äh. Wenn alle automatisierten Arbeiten am Laufen sind. Fangen wir an von Hand zu arbeiten. Kriegen wir. Die Silage in den Fixfermenter wieder reingeschütteln. Das wäre nämlich super. Sonst haben wir ein Problem. Dann weiß ich nämlich nicht mit dem Anhänger hier. Tatsächlich. Wir kriegen die Silage da wieder eingefüllt. Das ist doch super. So. Kombinierter Kurs. Feld 5. Abfahrer. Drescher erkennen. Auf Feld 5. Und jetzt passen wir naheliegend. Ja. Naheliegend. Zerwickeln. So. Müssen wir mal schauen. Irgendwo hier auf der Straße sind wir gefurte. Ob wir da zufällig den richtigen Seegpunkt erwischen. Äh. Fahrer einstellen. Ja. Das sieht gut aus. Wenn wir jetzt noch ohne großes hin und her geschwenkte auf den Kurs gehen. Oh. Prima. Feld 5. Äh. Was hat der hier? Eingestellt. 90. Nein. Abfahren bei. 75. Hier auch bei 75. Der hat das halt noch nicht gemacht. Ne. Hat der Fahrer erhalten. So. Äh. Na. Das mit den Bäumen und so. Man weiß es nicht. Wir werden sehen. Ich brauche ich immer noch nicht. Ich brauche es. Die schicke ich auf den Weg. Der darf schon mal wieder Gas mehr. Ja. Wir haben ohne Ende Arbeit. Ohne Ende Arbeit. Ohne Ende. Ohne Ende. Ohne Ende. Ohne Ende. Jawohl. Das klappt doch schon mal. Es ist schon ne. Also alle Fahrzeuge so dirigieren. Dass die dann schon mal anfangen ihre Arbeit zu machen. Ne. Ist schon ein bisschen mit Aufwand verbunden. Muss man ja so sagen. So. Da geht schon Zeit drauf. So. Hölle. Eine. Können wir das aufwärts. So. Ähm. Ich mache hier mal zu. Um. Wie wir bei Hoch permet. Wir mit 8,4. wo ist der Staat, da ist der Staat. Jetzt gehen wir mal hier wohin. Und sage Fahrer einschränkt. Läuft. Nicht. Weil hier Feldarbeit muss eingestellt werden. Und jetzt aber Action. Prima. Jetzt gucken wir mal kurz. Der schleicht sich hier so lang. Ob das mit dem ersten Abtanken funktioniert. Der fährt schon mal nicht vor dem Baum am Rand. Ja. Nee, ist klar. Wir stehen auch immer an den ungünstigsten Stellen. So, und jetzt bitte kriegt ihn vor dem Ende des Felses. Sieht gut aus, sieht gut aus, sieht gut aus, sieht gut aus, sieht gut aus. Und, 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 und. Halt an. da klappt das mit der kommunikation von und den drescher noch nicht jetzt sagt er ihnen der soll anhalten wie soll er denn da mann machst du da irgendwas jetzt oder nicht ach so die hatte ich hoffe daran die geschehen ist auch weil sie jetzt da etwa so stehen das ist ein witz so wird das nicht freunde jetzt sollte das was werden jetzt schleicht der richter mit 3 km h ran warum mit 3 km h wer hat die gesagt hier war mal mit 3 km h links war eingestellt 8, 10, 30, 8 km h niemals was gesagt mit 3 km h und der korrigiert das noch nicht mal ich verstehe es nicht was kann man hier denn noch machen mit seitlichem abstand zum drescher haben wir immer 7,5 km h aber wir lassen sie wir lassen sieben wenn ich jetzt sagt abfahre einstellen das müsste jetzt gleich funktionieren also das ist schon wieder hier so ja nicht so wie geplant kommt da ich jetzt in der quere oder macht ihr euren job jetzt jetzt habt ihr jetzt hat das prima du bleibst immer noch stehen du bleibst immer noch stehen du bist am sehen hier komme ich mich jetzt also ich werde jetzt mal eben den hofladen bestücken alle gute abnehmen alles reintragen in den hofladen dann ist das auch schon mal erledigt aber das kleiner cut so gut der hofladen ist noch nicht geöffnet ist noch zu früh wir haben hier die butter stehen ich habe hier die milch gestehen ich habe hier käse drin dieser käse leib der ist liegen geblieben da wurde nicht verkauft ich weiß nicht warum ich hab den einfach mal mit hierbei ich hoffe dass wir jetzt hier bei dem dann ist man mit verkauft wird so denn dann haben wir das auch geschafft das heißt wenn dann der tag vorbei ist wird das abgerechnet stopp ich will mal durch switchen und gucken ich habe da immer so ein gefühl als wenn der fährt auf jeden fall aber der drescht immer noch er ist im dritten vorgewende prima steht 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 ist noch fleißig auf nähen ja wunderbar so den können wir erst mal weg stellen den brauchen wir jetzt sobald nicht mehr heute denke ich mal ich weiß es noch nicht aber jetzt gerade auf jeden fall brauchen wir den nicht ich brauch jetzt das fast der macht immer den deckel auf weil er denkt an der hochkantstelle wir holen uns jetzt die milch und zweite kiste hier deckel auf 1746 liter das ist gut also es ist nicht viel also es ist eine gute menge für die stellen wir damit butter her oder was machen wir weiß gar nicht dann haben wir da schon mal den vorrang drin theoretisch könnten wir jetzt noch hier fest dass wir noch mal die puttermaschine voll machen den rest zum käse weil butter habe ich gesehen schön einpacken schön einpacken hat geklappt so vier fässer machen wir das oder machen wir das nicht und wenn ich jetzt nicht dann kann ich sagen wenn ich jetzt am überlegen und jetzt noch viel besser besorgen vom händler guter winter auch gutes geld ob es nicht lassen wir das lassen wir da drin können wir immer noch wohl die vier fässer was läuft jetzt hier er wartet darauf dass er wieder abtanken da der hat dann ordentlich die stadt stehen warum da muss ich das halt von hand nacharbeiten finde ich aber nicht in ordnung ja zufällig ist er fertig das ist ja schön da hinten liegt ein stück noch von der schwarz auch interessant auch spannend hast du vor ach du bist mit mir noch lange nicht fertig ich sehe das doch ich sehe das doch was können wir auf dem hof noch machen wir haben nur ein anhänger der wird jetzt bei der ernte benötigt können wir mit dem ladewagen aber den ladewagen brauchen wir später auch dann' looper weil das ist sauber malin hat eine schaukel landen das ist mehr als eine muss noch mal irgendwas kontrollieren brauchen wir den ladewagen oder missbrauchen wir den ladewagen nicht obwohl der anhänger der wird noch eine ganze weile unterwegs sein ich habe so zwei gedanken jetzt machen er fährt jetzt gerade rückwärts und jetzt hätte er vorwärts ich habe noch zwei gedankengänge zwei sachen sie noch zu machen sind die will ich vorbereiten dass das laufband so schnell ist hier finde ich prima man muss ja nicht großartig rangieren oder was vorhängen weil hier so auf dem hof die wege schafft das was nämlich super alleine hat jetzt nicht die beschleunigung von dem sportwagen 40 km h guck mal ganz bequem können wir das eben hier rüberfahren denn ich stelle das mal genau hier dran guck mal hier der kompost ist fertig die wir öffnen mit er das ist kompost kompost bringt eine menge kohle aber ich will mit dem kompost längerfristig ja noch was anderes anfangen ich stelle jetzt erstmal das laufband und hier vor laufband laufband steht im fitnessstudio das ist ein förderer so ein bisschen ausfahren dann ist das jetzt hier soweit bereit jetzt brauchen wir nur was muss überfüllen ja sie könnten wir könnten gucken dass das gleich klappt für den kompost in den laderwein noch brauchen wir den laderwein nehmen normalen den john deere und hängen mal davor dann haben wir mal rüber zu den hof die los und gucken mal ich bin mir echt nicht sicher ob das funktioniert also gucken mal ob wir den kompost da der steht hier ungünstig wenn wir jetzt gleich kommen wenn der anhänger ladung weizen abzuladen dann haben wir ein problem das laufband arbeitet das ist nicht das schnellste aber es funktioniert wir schieben mal mehr an das macht einen guten job das ist wie gesagt nicht das schnellste aber es macht einen guten job hier können wir mal den motor ausmachen da steht immer noch ziemlich im weg ich habe vorzulegen den kompost jetzt mit dem laderwagen hoch zu bringen gleich in die gewächshäuser ich hoffe das reicht wenn ich hier aus dem weg war es dauert ja doch noch einen moment jetzt kann ich den anhänger noch noch weiter randrücken wie gesagt den kompost möchte ich mal sehen bringen mal zu den gewächshäuser ob man den da gebrauchen kann aber das mache ich nicht mehr heute das probieren wir bei der nächsten aufnahme auf ob das funktioniert der kompost in den gewächshäusern angenommen wird wenn nicht dann verkaufen wir den halt so du bist auch fertig und hier ist auch ende ich habe es mir gesagt so abfahrer entlassen ich will das hier noch mitnehmen das ist noch ungenass ich weiß jetzt nicht warum er das hat stehen lassen aber das kommt mir verdächtig ähnlich vor mit ähm das ist noch ungenass ich weiß jetzt nicht warum er das hat stehen lassen müllkreis mittelnack sei das denn nämlich an einer stelle ausgerächt stehen könnte am dann ja wenn das so ist auch am brusselmesch liegen so und ach mal was da kriegst du es hin sonst rangiere ich nochmal noch mal den rest abtanken und dann sind wir auf dem feld fertig schneidwerk hat jetzt schon ein verschleiß von 19,9 prozent von dem in anführungsstrichen kleinen feldchen ob ich das so gut finde wenn wir jetzt noch das etwas größere feld nehmen der dresch hat auch schon wieder so einen hohen verschleiß also der war der war in stand gesetzt und der war sauber gespritzt als ich mit der arbeit begonnen habe das ist ähm naja ok abfahrer wegschicken ich schicke den jetzt los der soll an den silos halt ähm entleeren und dann würde ich sagen setzen wir die arbeiten wo wir eine menge von haben jetzt wieder in der nächsten folge fort vielen vielen dank fürs zuschauen das war's für heute von der hof bergmann über den daumen nach oben würde ich mich freuen wenn es euch gefallen hat und ihr es interessant gefunden habt und ich war wie immer der shorty von der test area und bin damit für heute raus ciao ciao ha ha